Ja, wir möchten Ihnen heute den Wunderlich Spoilerscheibenaufsatz Vario Ergo vorstellen, in Funktion und Anbau. Wir haben den Wunderlich Spoilerscheibenaufsatz speziell für die Leute entwickelt, die mit der Originalscheibe zufrieden sind, aber etwas gegen die Turbulenzen tun möchten. Wir haben die Möglichkeit, bei diesem Teil es individuell einzustellen, das heißt die Neigung, die Höhe und auch die Entfernung zum Fahrer. Das Ganze lässt sich sehr schnell an- und abbauen, das ich mal gerne demonstrieren möchte. Wir haben einfach Aufsetzen, einen Schutz für die Scheibe aufbringen, aufstecken, dann wird das Ganze hier hinten festgeschraubt mit den zwei Schrauben. Diese Schrauben bitte mit Schraubensicherungsmittel einkleben, damit Sie bei der Fahrt nicht verloren gehen können. Somit ist das Teil jetzt schon mal befestigt. Sie können nun durch Lösung der Schraube hier vorne einmal die Neigung an sich einstellen, das heißt hier die Entfernung, auch die Entfernung zum Fahrer selber lässt sich hier einstellen. Diese einfach wieder festdrehen und dann lässt sich die zweite Schraube hier oben noch verstellen. Dadurch können Sie auch hier nochmal die Neigung einstellen. Auch wieder festdrehen. Wir liefern das Ganze aus mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis, das heißt, Sie müssen dazu nicht zum TÜV-Fahndels eintragen lassen. Wir verwenden also hier eine Lexan-Scheibe in gewohnter Wunderlich-Qualität, die bruchsicher ist und das Ganze hier ein gewichtsoptimierter Aluminiumhalter, um die Belastung für die Scheibe zu minimieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017